Und ich schon wieder. Ja, es ist echt ein großartiger Ort. Oh, Moment, ich hab schon wieder... Oh, jetzt sind es ein paar mehr. Wir erleiden Verluste. Verstanden. Ist vermerkt. Dort könnte was sein. Ja, ups. Sammeln! Bereit machen für Angriff. Kein Sichtkontakt. Wie sieht's bei euch aus? Gut, aber haltet die Augen offen. Darüber! Wir haben Besuch! Sie ist getroffen! Ja, gerne. Waren das alle? Muss ich überhaupt hin? Äh, geradeaus. Bist du zum Einsammeln oder bist du zum Werfen? Ne, du bist zum Werfen. Schade. Das ist nicht geradeaus? Nee? Okay. Hier spricht Rogue. Croft wurde im Hof gesichtet. Wiederhole. Euer Sekundärziel ist die Neutralisierung von Croft. Sie ist allein. Ja, genau. Beweg dich bloß nicht. Ja, schieß nicht. Ja, schieß nicht. Bloß nicht zielen. Bestätigt. Warum schreiben die so ne Scheiße mit dem Schlamm da rein und man geht da dann hin und wird dann automatisch gesehen? Das ist doch ein Piss. Oh Mann, ey. Ja, jetzt gehen sie alle weg oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ja, komm, mach es auch. Los. Als würde Croft mit uns Katze und Maus spielen. Oh. 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 Da stehe ich hier ziemlich schlecht. Mir nach. Sichert nach allen Seiten. Sie muss hier irgendwo sein. Da oben könnte irgendwas sein. Aufschwärmen. Aber haltet sich Kontakt. Hier ist nichts. Sie kann nicht weit gekommen sein. Suchraster einleiten. Sie kann nicht weit sein. Oh. Oh. Der Typ hat ein Wärmeer-Things. Das muss ich mir ansehen. Das muss ich mir ansehen. Ziel erfassen. An meiner Situation. Das ist in der Falle. Ja, schieß bloß nicht auf den Typ vor dir. Genau. Ziel am Boden. Ich wiederhole. Ziel am Boden. Bewegt die sich nicht. Du sollst deine scheiß Waffe in die Hand nehmen. Ja, was auch sonst? Du kannst genauso gut aufgeben. Nicht schießen. Seht nach, ob sie noch da ist. Nein, ich bin nicht da. Ich darf mich... Verdammt, sie macht Jagd auf uns! Ich bin im Zuckerrohrfeld. Sie sehen mich nicht. Halt den Kopf unten. Bin unterwegs. Bin ich das? Was, 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 was? Ich wollte gerade sagen, keine Munition hier. Ach, das ist ja cool. Hätte ich das vorher gewusst. Ähm, gut, da soll ich rum. Da hinten ist aber noch was, wo wir noch hin können. Das ist cool. Munition, wobei die Munition, glaube ich... Nein, ich will dieses blöde Ding nicht haben. Mann! Nein! Nein! Oh! Oh! So rum. Hallo? Achso! Achso! Ich würde dich in Sibirien töten sollen. Aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt! Sie spielt uns genau in die Hände. Hey! Weißt du, in einigen Fässern ist noch rum. Verdammt, Jameson. Mach deinen Job. Hey! Wo bist du? Oh, das gefällt mir nicht. Mir schon. Genau so gefällt mir das. War da nicht noch einer? Ja. Das ist doch unglaublich! Es geht wieder los. Ich hoffe, er macht keinen Scheiß. Ich sehe hier gar nichts, weil das so am... Naja, am Schneiden ist es ja nicht. Ja komm, komm! Oh! Da kommt wirklich einer. Ich geh voraus! Waffenbereit haben! Ich kann nicht bald sein! Ich hab hier was! Macht euch was bereit! Das kannst du doch besser! Ja, kann ich das? Ich hab's ja alle erledigt und du? Du wirst hier sterben! Ach, da ist noch einer! So, was haben wir denn hier noch? Ich kann hier doch was einsammeln, ne? Hm, unmöglich! Ich kann nicht mehr tragen! Ja, ist ja gut! Muss ja nicht alles sammeln! Äh... Dafür hab ich nicht genug Platz! Ja, ich hab's verstanden, Lara! Wo ist denn mein Ziel jetzt überhaupt vor mir? Achso, da ist ein... Weg? Kein Weg? Kein Weg? Hehe! Auf jeden Fall ist da ein Hubschrauber! Das find ich nicht gut! Das find ich ganz und gar nicht gut! Oh! 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 Das ist gar nicht gut! Wo muss ich denn hin? Eigentlich rechts rum! Ja... Ich kann ja aber auch nicht springen und nichts, ne? Und der sieht mich, sobald ich hochgehe wahrscheinlich. Sind da noch andere Kerle? Ich muss... Eigentlich muss ich genau dahin, wo der Hubschrauber ist. Ich seh hier nichts durch dieses blöde Zeug! Ich hab auch nichts, worauf ich... schießen könnte. Hm... Das ist gar nicht gut! Das ist ganz und gar nicht gut! Da werde ich jetzt erstmal draufgehen, das weiß ich jetzt schon. Zeig ich doch! Zeig ich doch! Zeig ich doch! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Stell dir mal rausk pop! Das sind mit dir bei einer Maschke. Willst du dich nachladen? Geht gerne. Was? Äh, okay. Ich muss noch ein bisschen Munition holen. Ich muss ja gar nicht, dass es so viele Leichen sind. Äh, ja. Wie komme ich da jetzt hin? Kann ich hier hochspringen? Kann ich das irgendwie explodieren? Ach, kann ich das nicht mit einer Stot aufschießen? Wahrscheinlich nicht. Äh, okay. Hier ist nichts zum Sprüngen. Nehmen wir doch einfach die Hintertür. Oh-oh. Hast du... Gib mir die Schatulle. Nein! Jonah! Das ist so gut. Jonah! Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Alles Bestens. Wo kommt die denn jetzt her? Bereit? Oh ja. Alles klar. Bin okay. Was zum Teufel sollte das? Will ich du? Wär's gut gegangen. Die kommen nicht weit. Geh. Los, wir schaffen das. Das ist blöd. Oh wow. Scheiße. Wo muss ich denn hin? Leute! Scheiße! Okay. Sag mir mal, wo ich hin muss, Lara. Oh. Oh. Hier ist Cardinal One. Motor läuft, Wiener. Alles Bestens. Ähm, ja. Ich war bisher so gut. Wir gehen los. Zentrale, hier Cardinal One. Alle Systeme in Betrieb. Wir sind auf Kurs Richtung 3, 2, 7. Verstanden? Nur eine Chance. Untertitelung des ZDF für funk, 2017